willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir im torsten und ihr habt im titel gesehen clash alltag ja ich weiß gar nicht ob ich diesen titel schon mal hatte aber wie sieht eigentlich so ein bisschen mein clash alltag aus also so rund um clash of clans ich habe einen discord server ich habe einen eigenen clan der clan herausforderer komme ich aber noch später zu ich habe mehrere accounts mit denen ich in mehreren clans auch spiele und unter anderem auch in dem clan hier disabled mit dem donnerbengel bin ich schon weit über einem jahr ich glaube anderthalb jahre bin ich mittlerweile hier und habe nur immer immer mal kurz gewechselt zum clan disable 2 in der liga die liga steht in ein paar tagen wieder an das update steht an und es gibt sicherlich richtig viel zu tun aber so ein bisschen clash alltag muss natürlich auch bei mir sein und in diesem dorf eher weniger ich ihr seht das 15.000 juwelen ich sammle hier nur ich kann mal wieder das rathaus anstoßen da der account immer noch nicht auf rathaus 10 geht aber ich habe jetzt so ein bisschen order bekommen wann er auf rathaus 10 geht wenn nämlich rathaus 13 kommt wenn rathaus 13 kommt aber erstmal kommt oder bleibt rathaus 9 hier bleiben und während meines ersten angriffs bin ich so ein bisschen abgelenkt worden ich zeige euch gleich mal wieder warum auch das ist so ein bisschen clash alltag gerade die kommunikation über discord ist immer ganz nett wo öfter mal so ein paar fragen kommen oder wo ich dann auch in den discords bin bzw wo ich dann in anderen discords bin einfach mal ein bisschen quatsche und da kamen die tage wieder so ein kleines problem auf das habe ich noch das habe ich so noch nicht gesehen vielleicht könnt ihr mir da rede und antwort zu stehen also ich konnte es leider nicht ich kann immer nur sagen wendet euch in solchen fällen an den support aber mit dem donnerbengel hier habe ich mal mit einer armee angegriffen mit der ich eigentlich nie gewinne und denn ich hatte die armee einfach fertig ich wusste ich muss den jetzt nicht unbedingt machen aber es ist war die es war die nächste freie base nachdem ich meinen ersten angriff verkackt hatte weil ich ein bisschen abgelenkt war weil wir gequatscht haben im discord und ich habe dann währenddessen am tablet so ein bisschen angegriffen habe gedacht ach komm den massen mal den massen mal eben ganz easy aber habe dann die queen verpennt andere geschichten andere geschichten ganz witzige geschichten im discord haben sich zumindest kaputt gelacht darüber hahaha toto ja tolle wurst aber ich hatte ich hatte doch mal erfolg mit dieser kombination es ist eher selten ihr habt das ja glaube ich im video gestern gesehen da habe ich mit meinen anderen neuner mal mit dieser kombi angegriffen der war noch längst nicht so weit ist wie dieser hier und hier habe ich oder eines mal der wenigen mal erfolg gehabt mit mit der kombi ich meine es ist ein zehner der irgendwo so achter der verschläge ich ne ja achter die fans und einmal kurz vorgespult und fertig alles klar und ihr habt das gehört ich bin im letzten drittel wieder ein bisschen leiser geworden das lag daran dass mir etwas in der nase lag denn es wird frühling ich merke das es wird frühling und ich bin allergisch gegen irgendeine dieser bäume da draußen auf dem friedhof der jetzt blüht oder so keine ahnung und dann läuft mir die nase ich muss niesen ich habe mich da auch schon mal untersuchen lassen aber keine ahnung das hält so bis ja ich hätte was gesagt das hält zum ganzen frühling anfang sommer mitte sommer hält das an und irgendwann ist das dann plötzlich weg es ist einfach so ich weiß nicht was es ist und auch die ärzte die mich zumindest untersucht haben oder ich bin ich war ja bei einem allergiker kurs beziehungsweise nicht kurs sondern bei einem arzt der hat auch gesagt ja da gibt es was aber schwer zu bestimmen aber was nicht schwer zu bestimmen ist hier ihr seht das gerade diesen angriff hier das ist rathaus 11 auf rathaus 12 und dieser zwölfer hier ich habe mir vorher mal angeschaut der ist ziemlich maxed out also der ist ziemlich max out und nicht unbedingt was die bodentruppen angeht aber ihr seht dass sie das ist ein luftangriff und ich muss sagen der jan hier alter falter ich habe das auch sehr spät er ist erkannt mit den lufttruppen hier bad spells dabei und die hat er in jedem muster ich ich glaube er musste die nicht mal geben und ich habe das auch wie gesagt er sehr sehr spät wahrgenommen dass der jan hier als rathaus elf ein rathaus zwölfer absolut niederschmettert finde ich echt mal cool und das lache aber wahrscheinlich daran dass das rathaus 12 nicht ganz so gut aufgestellt ist an der stelle denn so von der defensive her war schon ziemlich ziemlich stark und ihr wisst selber das war gerade auch ein fünfer rathaus das ist nicht ganz einfach als rathaus 11 auch wenn die max rathaus 11 bis aber scheinbar hat die base hier mal so richtig cool gepasst und deswegen habe ich diesen angriff hier mal reingenommen weil ich sowieso eher weniger oder eher wenig von denen dieselbe c zeige ab und zu ja mal in den live streams oder aber auch in einem meiner meiner folgen wenn ich dann eine andere taktik rathaus 11 rathaus 11 rathaus 9 habe oder so weil ich bin ja hier nach wie vor mit dem rathaus 9 aber krasses teil hier ich habe mir alle angriffe noch mal angeschaut habe gedacht alter der jan der hat hier mal so richtig abgerockt ihr seht das da ist nichts hier irgendwie mit einem machtrank hochgepusht oder so das ist plain so wie es vom ratus 11 kommt und ich muss sagen donnerwetter donnerwetter der war echt mal klasse wir haben den klaren krieg auch leicht gewonnen 73 62 also auch hier brennt nichts an ihr wisst bei den disables hier da brennt sowieso nichts an 27er serie schon wieder in folge der letzte klaren krieg ich sag's ja immer wieder den wir verloren haben waren oder war ane da das ist scheiße kriegs lock klassisch ja ist der den wir am 26 27 dezember verloren haben als uns der clan hier kurz mal abhanden gekommen ist weil nicht alle angreifen konnten ich denke mal sonst wäre das ding ja auch noch grün aber richtig krasses teil und wir sind gut auf dem weg zu 600 ck gewordene kriege so muss man sagen ja 600 ck gewordene kriege die säge ist sowieso ganz jenseits von von gut und böse wir werden hier die liga in jedem fall als 30er clan spielen also 30 machen mit ich glaube das können wir hier auch in meister drei ja das können wir in jedem fall im meister 3 ich springe jetzt aber mal in einen clan wo wir so ein bisschen was für die liga suchen ich hatte heute abend schon mal so jeden tag gesagt ich werbe so ein bisschen für den community clan springen wir jetzt mal rein auch da haben wir natürlich nette angriffe mal gehabt und wir sehen in jedem fall so ein bisschen clash of clans also ein bisschen clash alltag und ich habe das gar nicht jetzt eben zu ende erzählt denn ihr seht das hier ich blende euch das jetzt mal ein also es wurde mal wieder in dem klaren disabelt jemand gebannt und wir wissen bis heute nicht warum denn ich weiß ich weiß es selber der account wurde a nicht geshert und aber das spieler kürzel ist ist nicht mehr vorhanden man findet den spieler aber trotzdem in clasher starts das ist ganz ganz witzig denn ein dorf wird angeblich von supercell nie gelöscht auch wenn man sagt ich lösche mal meinen account oder mein e mail account also angenommen ihr löscht euren google account damit ist ja wirklich auch clash of clans dann für euch tot und geschichte aber das dorf selber da supercell nicht an persönliche daten geht existiert weiterhin bei supercell ich frage mich wieviel daten lagern die wieviel daten von toten accounts haben die eigentlich und ich weiß auch nicht ob diese accounts dann überhaupt noch in der suche da sind oder ob das einfach nur ein paar bit sind die in der datenbank rumlungern und einfach nichts mehr zu tun haben sie werden nicht angegriffen sie greifen nicht an aber man findet das dorf noch das ist das witzige denn mit einem visit auf das dorf das komischerweise gefischt wurde ihr seht das hier ich weiß auch gar nicht was phishing heißt jemand anders hat mittels phishing etwas versucht hat jetzt jemand anders auf diesen account versucht zuzugreifen oder hat dieser account was ja eigentlich gar nicht geht versucht mit der gleichen e mail adresse einen anderen account zu fischen keine ahnung die einigung ist noch nicht da also er hat noch keine antwort oder noch nicht genügende antwort vom supercell support ihr könnt euch nur den super support in diesem fall wenden wir wissen im moment nicht warum das so ist und was wir gegen tun kommen können ich meine ich kann selber nichts dagegen tun kann nur tipps und tricks gegen was man machen kann viele daten sammeln die id vielleicht noch haben vielleicht hat ein kumpel noch mal ein screenshot von eurem account und ihr müsst irgendwo wieder belegen dass das das ihr es vor allen dingen seit e mail adresse supercell id gekaufte sachen oder was auch immer aber anders anders geht es halt nicht und ich bin damit jetzt aber glaube ich durch ja das habe ich eben glaube ich im kapitel vorher vergessen ich komme mal zu den herausforderern hier denn die herausforderer das ist der community clan den ich mit euch betreibe der geht ganz stark den bach unter der geht ganz stark den bach unter denn wir waren zu anfang mal hier 30 40 leute 50 leute weiß ich gar nicht zu community zeiten waren natürlich immer 50 leute aber es sind jetzt nur noch 30 leute es sind nur noch 30 leute wir sind also gesunken liegt vielleicht an meinen attacken die ich hier habe also kicken die leute hier raus wenn sie keine angriffe machen egal ob freund oder feind das ist mir auch mittlerweile ziemlich egal da habe ich da mache ich mir keine freunde und ich mache mir auch keine feinde damit den nehmen wir aber den können wir ja den nehmen wir mal mit aber dennoch spielen wir im moment nur ja ich will es mal so sagen wir spielen nur ganz ganz kleine 10er cks und wenn es hier zu 5er cks kommt dann habe ich glaube ich mal gesagt dann höre ich hier auf mit diesem community clan erst mal dann dann macht die bude hier zu denn das ist dann schon ja einige machen ihre angriffe nicht habe das ja gestern mit mitbekommen dass ich da so ein bisschen so ein bisschen angepieselt war dass einige ihre angriffe nicht gemacht haben und beziehungsweise es schon wiederholt vorkamen dass wir genau deswegen verloren haben hier teilweise in den clan kriegen hier und das natürlich ein bisschen doof das stört mich auch ein bisschen wenn auch nicht wirklich viel weil ich mir immer sage er toto ist nur ein spiel und lass das mal sein machen wir nicht ganz so viel trouble hier ja mache ich mache ich mache ich auch nicht ich habe jetzt hier den ein oder anderen zum vize gemacht denn ich habe auch ein paar vizes hier rausgeworfen aus dem clan herausforderer aber ich wollte ja ich hatte ja eigentlich auch so ein bisschen das ziel mit diesem account hier beziehungsweise nicht mit dem account mit dem dorf der account ist aber ganz gut zugange 53 prozent das sieht noch ganz gut aus können wir noch ein bisschen was reißen mit den riesen da sind ein paar bowler dabei die queen macht hier noch das rathaus zusammen mit dem worden glaube ich ja das sollten die noch packen na komm jawohl das haben sie auch gepackt und so bin ich auf ganz guter spur das kann ich aber jetzt abbrechen und denn ich bin hier ich habe mich jetzt komplett mal rausgelassen aus den ck wir spielen hier nur einen 10er clankrieg das ist echt mal mau das habe ich selber hier so gut wie gar noch 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 er selten gesehen also noch ein paar miss marple drachentänzer ringe und so weiter allen anderen vertraue ich hier nicht mehr oder sie werden hier gegangen oder gehen selber keine ahnung aber ich hätte schon lust mit euch die liga hier zu bestehen wir sind im moment 33 ich nehme alle mit in die liga hier aber ich würde gern 30er spielen aber mit den 33 die jetzt hier gerade da sind wird das nicht funktionieren und deswegen suche ich händeringend ein oder zwei rathaus zwölfer vielleicht noch ein elfer dabei zehner neuner denn das wird so in etwa die konstellation sein in der wir die nächste liga bestehen müssen wir sind immerhin kristall zwei und das ist noch gar und das ist nicht ganz weit es ist so so mit range also wir können was reißen wir können aber auch richtig losen aber ich denke mal in der kombi wie wir jetzt hier sind werden wir nur losen hat natürlich keiner bock drauf und deswegen suche ich hier natürlich ein bisschen also ein wenig so heißt es glaube ich immer clan werbung hier für den clan und ich kann euch aber noch einen coolen angriff zeigen jetzt muss ich gerade mal überlegen ja springe ich nochmal auf einen anderen also auch das ist clash alltag bei mir dass ich hier so ein bisschen in den account springe also heute war ich mal ein bisschen auf dem avatar ich war vor allen dingen auf den zwei socken recht hyperaktiv und springe jetzt aber noch mal zu den clanspätzchen mit sowas denn dort haben wir auch richtig netten ck gehabt jo und auch hier haben wir natürlich wieder ein bisschen action gehabt also auch das ist mein clash alltag immer wieder auf mein rathaus zwölf zu gucken was ist da eigentlich sache kann ich was spenden kann ich unterstützen und natürlich irgendwann frage ich auch frage ich leider immer ein bisschen nach ich habe ich habe natürlich immer so kleine eigene pläne was so eine base angeht aber ich frage gerne nochmal nach kann das passen können wir das so machen können wir das so machen und dann kommt vielleicht eine ganz ganz andere taktik da muss ich vielleicht nochmal umbauen auf eine andere base weil ich für etwas anderes geplant hatte was dann schon jemand anders macht aber wir gucken jetzt mal den peter an denn der hat sich hier für eine meiner armee entschieden gegen den rathaus zwölfer hier ist auch max rathaus zwölf aber die defensive sieht schon ganz nett aus dem bogenschützenturm sehe ich hier unten noch oder ein zwei die noch nicht ganz so voll im ausbau sind aber ich glaube der rest ist schon ziemlich stark vor allen dingen die inferno ist das rathaus ist auf stufe 5 ausgebaut und dann ging es erst mal rein mit einem kleinen kill squat so nennen wir das immer ganz gerne ihr sicherlich auch also ein bisschen bisschen was in der karre queen walk und die queen echt extrem spät gezündet muss ich sagen ich habe erst gedacht alter zünd die queen in dem moment macht das sogar denn der warden musste unbedingt weg hier und ihr könnt den angriff jetzt so ein bisschen verfolgen denn ich habe ihn live gesehen er war relativ kurz vor schluss wir haben mal wieder wie immer auch das ist clash alltag bis echt kurz vor schluss gewartet wenn es so ultra eng wird in den klaren kriegen hier und das wird es in der regel denn das was wir hier spielen hat kaum noch was mit mit großartigen mismatch zu tun oder so wir sind mittlerweile auch nicht mehr so erpicht so nach dem motto der gegner hat jetzt ein zwei rathaus zwölfer mehr die sind dann in der regel nicht ganz so weit wie unsere elfer darunter und von daher das was ich eigentlich sehe man kann hier sage ich mal in den normalen klaren kriegen glaube ich nicht mehr so so von so einem krassen mismatch reden also so wirklich so der gegner ist wirklich ultra schlecht oder wir sind so schlecht und der gegner ist so ultra stark wir haben vielleicht ein paar neuner dabei ein paar elfer dabei ein paar zehner und der gegner hat only zwölfer das wird es ja hier so in der form nicht geben deswegen ist das hier mal eine gesunde mischung hier noch mal am ende den fries gesetzt und ich habe da eigentlich gedacht das wird nichts ich habe eigentlich habe ich gedacht das wird nichts aber er hatte hier hinten noch zwei loons vor allem für den flächenschaden für den magierturm der geht jetzt auch noch drauf habe ich mir schon ein bisschen gedacht zu anfang dass er nicht alle loons hier setzt denn genau in dieser ecke hinten wird es noch mal richtig richtig eng und ihr seht das hier der eine inferno tower in inferno ja der eine inferno so knapp wie der jetzt schon ist alter der hat kein der hat noch einen einen balken und was ich aber nicht gesehen habe dass das er hier doch noch ein paar meine am start hat und die müssen jetzt echt nur noch da drauf gehen 100 prozent hat der peter echt super gemacht hier und damit hat er uns ein bisschen in den arsch gerettet muss ich sagen denn er hat das 65 65 rausgeholt und prozentual waren wir leider etwas besser als der andere clan das lag aber daran dass wir hier etliche ihr seht das ihr könnt das hier sehen der juli ist jetzt das erste mal seit drei klang kriegen wieder mit dabei also das ist jetzt der vierte da war jetzt wieder mit dabei und wie viel 99 prozent die wir hier hingelegt haben auf die nummer 11 99 prozent auf die nummer 10 99 prozent hat man das 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 waren eigentlich schon ziemlich entscheidend 88 da sind es 100 also es waren schon oder es waren einige angriffe ultra ultra knapp und gerade die 99er die tun einem natürlich ein bisschen weh aber dennoch reichte das hier denn der gegner hat hier nicht ein einzigen zwölfer niederbekommen bei uns er hat only mit luft angegriffen also e drachen loons durch die bank wirklich durch die bank das war so langweilig vom gegner durch die bank das sah so ein bisschen schon aus wie liege die irgendwo nur so zwei sterne holen mit ein paar prozenten dazwischen aber der killer ist unser letzter zehner hier und beim gegner sind die letzten zehner die letzten zwölfer tschuldig bitte die letzten zwölfer ich glaube die nummer 13 war noch ein elfer ja die nummer 13 ist noch ein elfer aber danach ging es dann hier mit mit den zwölfern los 12 12 12 12 und zwei zwölfer mehr haben hier dann gereicht um den um den sieg hier rein zu fahren beziehungsweise das unentschieden rein zu fahren denn hier oben hat der gegner wirklich nur immer immer seine zweier gemacht aber er hat halt unsere elfer den tamre den rewe und auch den mr time fail hier auf auf drei sterne gebracht also unsere elfer und so gleicht es sich immer so ein bisschen aus also so ein bisschen klatschalltag auch hier an den tag gelegt wir sind jetzt schon wieder aktuell in der suche an die wir haben schon wieder gefunden wir haben schon wieder gefunden sauer wir haben schon wieder gefunden und ich will aber wie gesagt für den klaren herausforderer ein bisschen finden also ein bisschen werbung hier gemacht habe ich heute abend auch gesagt dass ich das in jedem fall machen werde und ich denke wir werden uns so ein bisschen in dieser woche noch weiter hören und sehen ich hoffe die folge hat euch gefallen wenn ja lasst man einen daumen nach oben da wenn ihr neu im kanal seit dann vergesst das abonnieren nicht glocke nicht vergessen und dann sehen wir uns in einer weiteren folge wenn es wieder heißt der tuto vergesst das